Hallo zusammen, heute zeige ich euch ein Rezept, welches sich sehr sehr gut als Frühstück eignet oder auch als Pre-Workout-Mehl. Als Süßungsmittel könnt ihr entweder Zucker bzw. Xylit oder alternativ einfach natürlich Honig verwenden. Ich für meinen Fall, ich mag lieber Honig, ist ein natürlicher Energiebooster. Schmeckt mir persönlich einfach besser. Rein theoretisch gibt das Isolat auch schon eine gewisse Süße vor. Das heißt, wenn ihr es gar nicht so süß mögt, müsst ihr es gar nicht noch zusätzlich süßen und könnt es einfach so essen. Bis zum 17. Februar haben wir noch die Aktion, dass wenn ihr zwei Isolate kauft, ihr ein drittes Geschenk bekommt. Das heißt, egal welche Größe, ob die 908g Dose oder die 2kg Dose, kauft zwei, erhaltet drei. Jetzt zuschlagen. Und nun, viel Spaß beim Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.